Im heutigen Video möchte ich euch Wondershare PDF Element 9 vorstellen. Das ist ein Programm, mit dem ihr PDF-Dateien bearbeiten könnt. Ihr könnt aber auch PDF-Dateien konvertieren, komprimieren, also kleiner machen. Ihr könnt aber auch vor allem auch Text in PDF-Dateien ganz einfach euch übersetzen lassen. Oder ihr könnt auch Tabellen erkennen und die in eine Excel-Datei von einer PDF-Datei ganz einfach einfügen. Also wirklich ein sehr cleveres Programm. Das ist aber noch lange nicht alles, was das Programm kann. Deswegen in diesem Video möchte ich es heute euch genauer vorstellen. Wenn ihr PDF Element 9 gestartet habt, kommt ihr dann auf diese Seite. Hier habt ihr hier oben die Möglichkeit, die schnellen Tools zu starten, wie zum Beispiel das Bearbeiten von einer PDF-Datei, das Konvertieren, eine OCR-Texterkennung, sofern ihr eben auch gestrinte Dokumente in Text umwandeln wollt. Ihr könnt PDFs zusammenführen und eben auch hier den Stapelmodus zum Konvertieren und erstellen von PDFs eben auch öffnen. Das sind so ein paar Schnellstart-Tools. Dann habt ihr hier weiter links auch die Möglichkeit, eine eigene PDF zu erstellen. Ihr habt da nämlich verschiedene PDF-Vorlagen. Wenn wir da draufklicken, öffnet sich dann dieses Fenster hier und ihr habt dann eben die Möglichkeit, hier direkt verschiedene kostenfreie PDF-Vorlagen auszuwählen. Aber es sind eben auch ein paar kostenpflichtige, die dann eben mit VIP gekennzeichnet sind. Ihr könnt zum Beispiel hier auch einfach auf Lebenslauf gehen und könnt euch hier eine kostenlose Lebenslauf-Vorlage anwenden. Ihr könnt aber auch hier einen Brief, für einen besonderen Brief eine Vorlage wählen. Also auch das ist hier ganz einfach möglich. Sofern ihr jetzt aber eine eigene PDF habt, die ihr gerne bearbeiten wollt, könnt ihr zum Beispiel hier draufklicken. Da seht ihr die kürzlich verwendeten Dateien, die werde ich jetzt nehmen. Oder ihr öffnet einfach eine andere PDF-Datei, indem ihr hier eben auf PDF öffnen geht. Dann könnt ihr eine andere Datei auswählen, sofern ihr eben daran noch nicht gearbeitet habt. Ich klicke jetzt aber auf kürzlich bearbeitete PDF-Dateien. Dann wird mir eben diese PDF-Datei hier angezeigt. Und an dieser PDF-Datei wollen wir auch heute einfach mal am Beispiel arbeiten. Wir haben in dieser PDF-Datei jetzt nämlich verschiedene Elemente. Zum einen natürlich die Text-Elemente und aber hier auch Bild-Elemente, die wir dann später jetzt auch gleich bearbeiten können. Wir befinden uns jetzt hier aber auf der Startseite. Da haben wir erstmal so grundlegende Funktionen, die wir hier anwenden können. Wir können zum Beispiel hier irgendetwas im Text hervorheben. Wir können also diesen Text hier markieren und haben den jetzt einfach mal gelb hervorgehoben, weil uns hier vielleicht etwas besonders wichtig war. Wir könnten aber jetzt auch hier noch ein Recht-Action hinzufügen, indem wir das jetzt hier nochmal einrahmen. Also auch das können wir hier auf der Startseite vornehmen. Das sind so ein paar grundlegende Funktionen. Dann können wir aber auch weiterhin hier Text hinzufügen. Das ist aber relativ einfach. Also einfach ein Textfeld hier öffnen, dorthin klicken zum Beispiel. Und dann könnt ihr, ich mache das Ganze nochmal, einfach hier Text. Könnt ihr einfach irgendetwas hinschreiben, zum Beispiel Hallo Zuschauer. Das habe ich jetzt einfach mal dahin geschrieben. Das Ganze können wir dann natürlich auch noch weiter bearbeiten, indem wir es einrahmen. Dann können wir hier zum Beispiel noch diesen Text ganz einfach umändern. Wir können dann natürlich auch die Schriftgröße größer machen, breit. Wir können es in der Farbe natürlich auch umändern. Also auch das ist hier ganz einfach und schnell möglich. Aber jetzt kommen wir auch schon zu einem neuen Feature. Wir haben nämlich hier eine Übersetzung im PDF-Element 9 mit drin. Wir können nämlich speziell ausgewählten Text ganz einfach übersetzen. Wir gehen jetzt mal an dieser Stelle und diesen Text werden wir jetzt mal übersetzen. Wir rahmen ihn ein, dann wird er hier direkt auf Deutsch, wird die Sprache erkannt, wird er hier direkt eingefügt. Und wir klicken dann hier auf unsere Sprache, die uns ausgegeben werden soll. Am besten natürlich Englisch und werden das Ganze jetzt mal übersetzen. Das bedeutet dann nämlich das hier. Also direkt das übersetzt mit PDF-Element 9 ist Produktivität einfach gemacht. Ist ganz einfach auf Englisch übersetzt. Riff PDF 9 ist Productivity Easy Made. Also das habt ihr jetzt im Prinzip hier. Das passt auch soweit. Ist wirklich richtig übersetzt. Wir können auch nochmal eine andere Sprache wählen. Zum Beispiel Französisch und könnten das Ganze jetzt hier übersetzen. Ich bin zwar jetzt nicht der Französisch-Guru, aber das passt auf jeden Fall so. Zumindest würde ich das jetzt mal so sagen. Also auch das könnt ihr euch sicher sein, dass die Übersetzung hier sehr nah am Google-Übersetzer auch dran ist. So dass da jetzt keine großartigen Böcke geschossen werden. Vielleicht in der Grammatik. Die ist nicht immer perfekt, aber ein wirklich perfektes Übersetzungsprogramm, wo auch die Grammatik passt. Das ist natürlich schwierig zu finden. Ihr habt aber hier eben auch die Möglichkeit, ganz einfach auch englische Dateien zum Beispiel auf Deutsch übersetzen zu lassen. Also das ist wirklich eine tolle Sache, von der sich eben PDF-Element 9 auch von anderen Programmen deutlich abhebt. Ihr habt aber weiterhin auch hier die OCR-Texterkennung. Texterkennung, die ist vor allem besonders hilfreich, wenn ihr eben discente PDF-Dateien habt. Denn da könnt ihr draufklicken und könnt dann die discenten PDF-Dateien, die aus Text bestehen, abscannen lassen und diesen Text dann zur Bearbeitung ganz einfach freigeben. Also ihr könnt dann diesen Text, den ihr discent habt, nochmal separat bearbeiten. Auch das ist ein Feature, was es in PDF-Element 8 bereits schon gab. Deswegen werde ich jetzt hier nicht weiter drauf eingehen. Aber auch das ist wieder in PDF-Element 9 in der gewohnten Art möglich, was natürlich auch sehr schön ist. Dann klicken wir mal hier weiter auf Bearbeiten. Hier haben wir dann die Möglichkeit, wieder Text hinzuzufügen, Bilder hinzuzufügen. Also auch das ist möglich. Wir könnten aber auch jetzt hier, wenn wir auf Bearbeiten sind, diese einzelnen Bausteine, die wir eben hier haben, ganz einfach verrücken. Also ich könnte jetzt dieses Bild hier nehmen und verrücke es einfach mal, werde jetzt mal hier meinen Hallo-Zuschauer wegnehmen, werde das Bild hier mal in die Mitte setzen und eben dieses Hallo-Zuschauer einfach mal hier hinrücken. Also auch das können wir hier ganz einfach machen. Wir können Wasserzeichen hinzufügen, den Hintergrund könnten wir natürlich wieder ändern, Kopf- und Fußzeile oder auch Nummern hinzufügen. Das ist also hier auf dem Bearbeiten-Punkt möglich. Hier zum Beispiel auch diesen Rahmen nochmal etwas größer ziehen. Also alles, was das PDF-Programm hier als Bild oder ähnliches zum Bearbeiten erkennt, das könnt ihr eben hier dann auch ganz nach eurem Belieben hin- und herschieben und eben auch bearbeiten. Ihr könnt auch hier diese Schriftart zum Beispiel wieder ändern. Also auch das ist hier natürlich wieder möglich. Weiterhin habt ihr hier oben auch wieder die Kommentarfunktion. Ihr könnt also hier an diese PDF-Datei ganz einfach auch Kommentare hinzufügen. Ihr könnt hier zum Beispiel wieder einen Bleistift nutzen, könnt dann hier die Farbe wählen und könnt eben sagen, ich rahme einfach mal hier diesen Kopf ein. Also auch das könnt ihr natürlich machen, könnt dann auch nochmal hier irgendwas hinzufügen, je nachdem. Das könnt ihr natürlich deutlich schöner machen, könnt natürlich auch wieder was wegradieren, wenn irgendwas fehlerhaft war. Ihr könnt hier wieder was unterstreichen, also hier zum Beispiel Element einfach unterstreichen. Ihr könnt Text mit einer Schreibmaschine hinzufügen, indem ihr hier einfach irgendetwas schreibt. Auch das könnt ihr wieder bearbeiten in der Schriftart. Ihr könnt das einfach so machen, wie ihr es gerne möchtet. Weitere Sachen hinzufügen. Ihr könnt auch wieder Rechtecke, also ähnlich wie wir es auf der Startseite hatten, könnt ihr auch hier Kommentare hinzufügen. Und ihr könnt dann am Ende auch diese besonderen Kommentare, diese Notizen, die ihr am Rand erstellt habt, könnt ihr in einer Datei eben besonders erstellen, indem ihr dann eben sagt, okay, das ist meine Datei, meine Ausgangsdatei und hier das ist meine Notizdatei. Deswegen erstelle ich doch einfach mal diese besondere bearbeitete Datei. Aber trotzdem möchte ich die Ausgangsdatei eben beibehalten. Ich erstelle die neu, habe jetzt hier eben meine Notizdatei und kann die jetzt eben auch separat abspeichern. Auch hier haben wir wieder die Möglichkeit, PDF-Dateien zu konvertieren. Wir können natürlich zum Beispiel in eine Word-Datei konvertieren, in eine Excel-Datei, aber auch zu einer PowerPoint-Präsentation, in einem Bild und verschiedene andere Sachen. Also auch in eine normale Textdatei, das könnt ihr auch machen. Das ist aber alles relativ einfach. Ihr könnt aber auch eine Stapel-Konvertierung vornehmen. Wenn wir dann da draufklicken, öffnet sich dann eben dieses Fenster, in dem ihr jetzt eben diesen Stapel-Modus habt und könnt dann eben mehrere Dateien zum Beispiel in eine Word-Datei konvertieren. Also auch das ist eben möglich, um eben größere und mehrere Dateien ganz einfach zu konvertieren. Wenn wir dann hier auf Ansicht klicken, haben wir dann die Möglichkeit, zum Beispiel den Lesemodus zu starten. Wir können uns also diese PDF-Datei wunderbar hier so anzeigen lassen, wie sie im Ganzen aussieht. Wir können auch die Ansicht drehen. Also auch das können wir natürlich vornehmen, solange uns das natürlich gefällt. Ich werde das nochmal kurz zurück machen, also einfach weiter drehen. Also auch das können wir machen. Dann haben wir hier die Größe, die wir eben wählen können. Wir können die Breite anpassen. Wir können auch an das Fenster die PDF-Datei hier zum Beispiel anpassen, sodass ihr eben hier im Ansichtfenster die PDF-Datei so verändern könnt, beziehungsweise nicht verändern könnt, aber so ansehen könnt, wie ihr sie gerne hättet. Also auch das könnt ihr hier eben einstellen. Dann klicken wir hier nochmal auf Seite. Da habt ihr dann die Möglichkeit, wenn ihr mehrere PDF-Seiten habt, ganz einfach diese Seiten zum Beispiel zusammenzuführen, aufzuteilen. Ich werde jetzt diese Seite einfach mehrfach hier mal hinzufügen. Dann seht ihr, wir haben jetzt also hier die Möglichkeit, zum Beispiel die Seiten untereinander zu ersetzen. Also ich schiebe jetzt diese Seite einfach hier vor. Auch wenn das jetzt immer dieselben sind, ist es vollkommen egal. Ihr seht, wie das funktioniert. Ich könnte jetzt auch diese Seite ganz zum Schluss hier ans Ende schieben. Also ihr könnt Seite 5 auf Seite 2 zum Beispiel schieben. Ihr könnt diese Seiten aber auch aufteilen. Ja, das müsste ich jetzt natürlich vorher nochmal speichern. Das kann ich jetzt ganz einfach machen. Und ich könnte das jetzt in zwei Seiten aufteilen. Also ich könnte jetzt, wenn ich ein Dokument von 50 Seiten habe, könnte ich sagen, ich möchte es gern auf Seite 25 aufteilen. Und dann werden diese Dokumente ganz einfach in zwei PDF-Dateien gesplittet. Und ich könnte auch wieder hier bestimmte Seiten aus einer PDF-Datei ersetzen gegen andere Seiten. Also eine ganz neue PDF-Datei in dem Sinne dann erstellen. Also auch das ist hier eben auf der Seitenansichtsreiter möglich. Weiterhin haben wir aber hier auch unter dem Punkt Werkzeuge die Möglichkeit, zum Beispiel PDFs zu komprimieren. Was ich auch wirklich immer empfehlen kann, denn gerade bei großen PDF-Dateien, die teilweise 20 MB oder sogar noch größer sind, kann eben so eine Komprimierung wirklich sinnvoll sein. Ihr klickt da drauf und habt dann eben hier die Möglichkeit zum einen zu wählen, niedrige Kompression, hohe Qualität, Mittel oder eben auch eine hohe Kompression und niedrige Qualität. Wir klicken mal auf hohe Kompression. Das wenden wir mal an. Und da seht ihr auch schon gleich hier, das Bild ist wirklich deutlich schlechter geworden. Dafür ist die Datei um 80% kleiner geworden. Ich mache das nochmal kurz zu, das vorherige und wir komprimieren es nochmal. Jetzt als niedrig. Da beträgt die Reduzierung 66%, was wir hier einsparen. Ich klicke auf Anwenden und da seht ihr auch jetzt hier, wir haben jetzt die komprimierte Datei. Das Bild hat sich nicht verändert. Also wir haben 66% eingespart an der Dateigröße und trotzdem haben wir hier wirklich eine super Qualität auch von der komprimierten PDF-Datei. Also das ist wirklich sehr empfehlenswert. Und ein neues Feature im PDF-Element 9 ist auch die Tabellenerkennungsfunktion. Sofern wir also hier eine Tabelle geöffnet haben, könnt ihr jetzt hier auf Tabelle erkennen gehen. Das Programm erkennt dann eben diese Tabelle. Das ist eine ganz einfach erstellte Tabelle von mir jetzt, was vollkommen egal ist, was hier drin steht. Einfach nur mal so aus Spaß erstellt. Jetzt habt ihr diese Tabelle erkannt, deswegen wird die auch rot umrandet. Ihr klickt dann nochmal drauf und könnt dann hier auf dieses Plus gehen, Tabelle kopieren. Und sofern ihr diese Tabelle jetzt kopiert habt, könnt ihr sie dann in eine Excel-Datei zum Beispiel einblenden. Öffnet dann einfach euer Excel-Programm oder euer anderes Tabellenprogramm und fügt dann die Tabelle hier einfach ein. Ihr könnt dann hier auch wieder alles direkt verschieben, so anordnen, wie ihr das gerne möchtet. Es werden einfach nur die Datensätze übernommen und hier zum Beispiel in Excel eingefügt. Weiterhin habt ihr hier oben auch noch die Möglichkeit, auf Formular zu gehen. Da könnt ihr dann zum Beispiel ganz verschiedene Sachen hinzufügen. Ihr könnt zum Beispiel hier ein Feld für eine digitale Signatur hinzufügen, zum Beispiel hier unten. Das ist dann gerade, wenn ihr eben PDF-Dateien erstellt, könnt ihr dann eben dadurch deutlich zum Ausdruck bringen, sofern da eben jemand drauf tippt, dass er eben hier seine Unterschrift setzen kann. Ihr könnt auch ein Datumsfeld hier hinzufügen und das dann natürlich auch noch direkt bearbeiten. Ihr könnt dann hinschreiben, wie das eben heißen soll. Nur Datum, je nachdem. Ihr habt da verschiedene Möglichkeiten vom Erscheinungsbild. Also auch das könnt ihr alles anpassen. Und am Ende muss eben nur jemand drauf tippen auf die PDF und kann dann eben auch zum Beispiel sein Datum dort wählen. Also ihr könnt hiermit eben ganz einfach Formulare erstellen, sodass dann der Endanwender nicht mehr viel selbst machen muss, außer da eben anklicken. Und weiterhin könnt ihr auch eure PDF-Dateien natürlich schützen, indem ihr hier ein Kennwort festlegt. Ihr könnt auch verschiedene Textbereiche zum Schmerzen markieren, dass die eben dann schwarz gemacht werden. Dann könnt ihr auch euer Dokument signieren, also mit einer Unterschrift. Das könnt ihr eben auch hier hinzufügen oder eben auch elektronische Signaturen hinzufügen, die dann eben über den Wondershare Online Signaturen Service signiert werden. Also auch das könnt ihr hier ganz einfach machen, sofern ihr eben eure PDF-Datei in der Art schützen wollt. Schließlich, wenn ihr eure PDF-Datei dann fertig habt, fertig bearbeitet habt, habt ihr auch die Möglichkeit, sie in der Wondershare Cloud zu speichern. Ihr könnt sie also ganz einfach hochladen in die Cloud und das war jetzt bei mir schon der Fall, weil ich habe jetzt hier eben draufgezippt, sodass ich sie jetzt direkt auch in der Cloud habe. Ich kann da jetzt einfach nochmal hinsehen, indem ich hier auf Dokumenten Cloud gehe und dann sehe ich zum Beispiel das. Ich kann das jetzt mal anklicken und dann ist das eben auch direkt meine gespeicherte Datei von eben. Also auch da sehe ich die, weil ich die eben da gerade gespeichert habe und ihr habt aber auch die Möglichkeit, diese PDF-Dateien zu teilen. Ihr habt dann nämlich hier einen Link, den ihr freigeben könnt und der ist dann 30 Tage einsehbar. Ihr könnt also auch dieses PDF-Dokument an andere senden und sie können das dann über diesen Link aufrufen in der Dokumenten Cloud von Wondershare und können das dann eben auch dort abrufen. Was man auf jeden Fall sagen kann, PDF-Element 9 überzeugt nicht nur durch seine Leistungsfähigkeit, es arbeitet sehr schnell, es ist vor allem aber auch sehr übersichtlich. Wie ihr hier schon sehen könnt, es ist wirklich sehr gut gestaltet, sodass eben auch jeder hier schnell zurechtkommt. Also sofern ihr es runterladet, braucht ihr nicht eine lange Eingewöhnungszeit. Es ist wirklich sehr, sehr benutzerfreundlich und eben auch wirklich sehr leicht anzuwenden. Das soll es jetzt auch von Wondershare PDF-Element 9 gewesen sein. Wenn euch das Programm gefallen hat, dann schaut auf jeden Fall auf der offiziellen Wondershare-Website vorbei, denn dort könnt ihr dann auch die Vollversion vom Programm kaufen. Gerade wenn ihr eben wirklich viel PDF-Dateien bearbeitet, dann lohnt sich das Programm auf jeden Fall, denn es hat ein leistungsstarkes Angebot, wie ihr jetzt auch schon in diesem Video sehen konntet. Aber das waren natürlich noch lange nicht alle Features, was ihr mit PDF-Dateien so anstellen könnt. Von daher schaut es euch auf jeden Fall an. Es ist wirklich sehr, sehr einfach, das Programm und dennoch hat es ein riesiges Leistungsspektrum. Das war es jetzt gewesen sein von diesem Video. Ich bedanke euch fürs Zusehen, sage Tschüss, bis zum nächsten Video.